hallo und herzlich willkommen ich bin zu eurer play tv und begrüße euch zur zweiten folge von microsoft christmas ja in der zweiten folge oder der ersten folge eigentlich habe ich euch ja mit einem cliffgänger verlassen was zur hölle was in der höhle unter uns ist und das werden wir jetzt schauen also was jetzt fix ist das sind zombies die hört man kilometer weit okay hier geht es nicht aber hier geht es zack wir bauen uns jetzt so eine professorische treppe nach unten der cliffhanger hat sich die ausgezahlt ja nein vielleicht dann geben wir jetzt mal gott im himmel fackel und tot baby oh gott dann habe ich nichts gesehen hilfe tot so dann laufen wir mal weiter beleuchten alles aus sky romab dir auch immer einen bogen so bis daher dass was interessiert uns so kommen ist bei ich ich werde sterben aber ich werde sterben hallo hey was ist denn da los oh lex ich hasse lex nein 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 ich glaube mein spiel ist abgestürzt juhu nein doch nicht oh gott schnell 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 oh gott alter ok und was wenn ihr euch fragt was die zuckerstange sind das sind karotten alter ok rausnicken schauen wo diese misset ist irgendwo da unten ok ja die lava die mama und deswegen hier eine fackel ja ja ok da fangen wir an mit kohle abbauen aber alter dieses skelett das hat aber jetzt so glück dass ich so ein mega lecker hatte hätte ich den mega leck nicht gehabt ich glaube sie hat es hätte mich getötet hätte ich den so muss ich sagen hätte ich den mega leck nicht gehabt hätte ich es getötet das gelebt aber da ich einen leck gerade hatte warum auch immer fragt mich nicht hat es mich fast getötet ok deutscher kohle gehört das zusammen ja ok das ist immer diese verbindungskohle ich sage euch einen trick kohle farmen immer bis drei stacks wenn mit drei stacks könnt ihr so gut arbeiten so und dieses mistfie von skelett wartet wir vorher noch fackeln kraften eine mit charcoal höhlensounds hatte kurz nen schock ich höre es ja noch da unten ist es die höhle ist ausgeleuchtet das heißt monster haben es schwerer so ich baue das jetzt hier noch ab irgendwo her ich noch so ein dreck ich habe keine ahnung ja egal wir bauen weiter ab wo wir gerade waren war das aldi kohle oder habe ich was ausgelassen nein das war eine ganze kohle hier ist es extrem laut egal lassen wir uns nicht ablenken wieder was fugen so ja ja u eisen hinter ein cooles Erz. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 so. Und das, oh, Eisen, so viel Eisen. Wow, okay, das ist echt viel Eisen. Okay, wir hören hier auf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich mal Tschö, mit Ö, Ciao mit V. Wir machen morgen weiter, am 3. Dezember, den Montag. Servus. Auf Wiedersehen. Our bodies higher and higher and higher.